Gut Leute, dann würde ich mal sagen... ...zurück in den Turm! Hey, wo ist mit dir? Warum guckt der mich eigentlich so dumm an? Guck mal den an, Alter! Der muckt hier! Was macht der? Ich hab mich grad voll erschrocken! Ich drehe mich hier so zur Seite und der guckt mich so an! Wer mich gleich umbringen will, Alter! Der... ...hat den Oberkörper nackt! Zocki! Was? Was willst du sagen? Der will mich dir Liebe machen! Nein, wir sind hier nicht frei! Guck mal, jetzt läuft der weg! Guck! Und läuft gegen die Wände! Was macht denn der jetzt? Was ist mit dir? Der hat gerade Robert da in seiner Wand gemacht! Was ist mit dir? Also, dann gehen wir jetzt zum Turm... ...und geben den ganzen Scheiß ab, würde ich mal sagen! Ja, ich hab noch zwei Pakete für dich! Ja, geh mal her damit! Wo ist der Turm? Der Turm ist hier, oder? Snoop, markier mal den Turm! Hast du gemerkt, dass die Kommunikation hier aufgrund jetzt viel besser klappt? Snoop! Markierst du den Turm? Alles klar! Auf geht's zum Turm! Und dann gehen wir hier oben! Sch-schnetzel! Ja! Ich lauf hier den Berg hoch! Lauf den Berg hin hinauf! Ich seh den Turm schon! Scheiße! Wir sind ja gar nicht so weit entfernt vom Turm, das find ich gut! Ach du Scheiße! Wir sind ja fast runtergeschrungen! Hier ist sogar ein Ding! Äh... Flugzeug? Ein Flugzeug? Wo? Da! Ich seh's! Boah, aber wie nah! Ja! Boah, richtig nah! Komm, 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 komm! Hallo, Fetty! Ciao, Fetty! Wie? Hast du den kaputt gemacht? Ein Schlag! Hä? Wo war das jetzt? Ah doch, ich seh's! Wir sind sogar die Ersten! Nice! Okay! Zack! Zack! Hepp, hepp! Zack! Zack! Immer her damit! Hepp, hepp! So, komm her! Was? Toki! Was ist denn? Ja, komm her! Ja, beeil dich! Die Zombies kommen! Ja, hab doch keine Angst! Die Schnellste sind ja keine Sorgen! Komm! Zum Turm! Auf geht's zum Turm! Alle Quests abgeben und dann, glaube ich, machen wir Hauptquests! Hm! Dann gibt's, glaube ich, keine kleinen Quests mehr, außer so Sammelteile, die wir so auf dem Weg machen können! Zack! Splash! Ja, ich würd mal lesen! Was? Und du hast einen Haufen Quests noch auf der Map, wenn du genau schaust! Ja, natürlich! Aber ich mein jetzt... Wir können ja auch mal jetzt wieder eine Hauf-Quest machen! Nein, können wir nicht! Nein! Also lass euch jetzt runterspringen! Ja, in die Säcke rein! Nee! Ich will ja zum Turm! Weil ich da runterspringen komme ich ja nicht zum Turm! Oh, das ist ja nicht Feiglinge! Das hat ja nichts mit Feiglinge zu tun, ich will ja zum Turm! Hattest Angst! Einen Scheiß hatte ich! Einen Scheiß! Einen Scheiß! Ich bin glaub in der Nähe von... von Ding hier... Raiz! Okay, ich bin schon am Turm! Du bist auf... Russia! Ich mein, aber auch da! Ich bin aber auch da! Hast du die Taschenlampe noch an? Ja, ja! Ich find's schön am Hallen! Was war das grad? Du hast gehört... Ey, was Geld! Ja! Wuuuuh! Bong! Äh... Hepp! Sag mir mal wieviel Punkte du willst bekommst! Epp, zeig ich dir gleich! Du hast was für uns? Danke! Wir können wirklich... 88.000! Hahaha! Junge! Und Überlebensrang gekriegt! Uuuh! Wir gib schon mal massig! Ich hab noch mein erstklassiges Katana zu kaufen, aber ich kauf's nicht, weil... Alter, die Katanas, die heben so ewig! Die halten wirklich sehr lang! Also ich geb mal die... eine Quest hier ab! Mhm! So, ihr müsst da... Das sind wir so behindert! Ihr müsst immer dabei sein! Was? Jetzt hier! Oder Scheinwerfer, was? Naja, gehen wir zu dem! Hier! Ja, was ist jetzt? Snoop! Du hast die Brille? Und das Buch? Das ist toll! Meine Güte, die Brille ist völlig verdreckt! Was hast du damit angestellt? Ach, lass mal! Ist dir auch egal! Hier hast du eine Belohnung für deine Mühe! Ja, danke du Penner, Alter! Weißt du, die Brille ist verdreckt! Hm! So ein Spast! Ja, was hast du hier? Hier die Scheinwerfer! Hier ist der Toygar, der will die Sachen auch von uns! Und Alfie auch! Alfie will jetzt die Scheinwerfer haben! Brauchst du was? Dann musst du warten! Wir haben zu tun! Ich hab was, das deine Stimmung aufhellen könnte! Die Strahler? Du hast die Brückenstrahler? Aber wie? Ach egal! Geht mich nichts an! Wrecking auch nicht! Sag, du hast sie in nem Schuhkarton gefunden! Bist mein neuer Lieblingskumpel Crane! Ich kümmere mich um dich! Morgen Abend werden wir schon viel sicherer sein! Sehr schön! Und gleich nochmal 5000! Yeah! Noch in Überlebungsrang! Gestiegen! Und der hier, ne? Ja! Lavendel! Ah, ich kann mich schon riechen! Das wird uns das Leben erleichtern! Noch schöner wär's zwar, wenn die Zombies alle tot wären, aber... immerhin! Lavendel! 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 Wow! Ich kann jetzt durchsprünglich aus allen Distrikten empfangen! Okay! Äh, nach oben ist man nicht, ne? Oder? Will jemand einen Laden hoch? Oder was weiß ich? Will jemand was kaufen? Keine Ahnung! Nö, das haben wir ja alles hier unten! Ja, oben gibt's aber einen anderen Laden, oder? Das ist richtig! Aber ich glaub, außer du willst irgendwas kaufen! Ja, ich will mal gucken, ob's noch ein paar Dinge gibt! Hier so, Verbesserungen, Modifikationen! Modification! Haha! So! Bevor wir jetzt weiter tigern, wollte ich noch schnell in den Laden gucken, ob ich da ein paar Modifikationen bekomme! Alles im grünen Bereich? Aber ich bekomme keine! Uncool! Aber ich wollte ja auch noch mein ganzes Zeug verkaufen, was ich jetzt so hab' So! Meine Preise sind mehr als mehr! 8000! Nicht schlecht! Nee, ich... Wie viel 8000? Ja... Nee, hab' ich nicht! Ich mein' nur hab' ich jetzt grad' gekriegt, weil ich hier... Snoop? Snoop! Ja, bitte! Hast du irgendwelche äptileptischen Anfälle oder so? Ja, hab' ich! Ich seh's! Ich tra- Ich tra- Ich trainiere T-Bang, okay? Ich will die Zombies T-Bang! Wow! Komm, wir gehen wieder nach unten! Ich enthalte mich jetzt nach- nach diesem Kommentar! Ich, äh... Bin verwirrt! Jade weiß, wo wir mehr Antizin herbekommen! Ich soll sie in einem der Waggons bei der Schule treffen! So, mach' mal noch ein paar Nebenquests und dann mach' mal ne Hauptaufgabe wieder, oder? Ich würd' mal gerne wissen, wie's weitergeht! Wie neben... Quests haben wir überhaupt noch? Wir haben noch ein paar! Zum Beispiel da drüben ist auch gleich eins! Obwohl wir mit dem schon geredet haben! Hä? Mit Blake haben wir doch letztes Mal schon geredet! Dann schwätz' halt... Schwätz' halt nochmal mit dem! Ja, komm her! Ich bin da! Hä? Bin ich nicht da? Du bist nicht da, ja! Warte, ich hab' mich verlaufen! Warte, warte, warte! Da! Ich bin da! Mit dem haben wir doch schon gesprochen! Hast du das Haus gesehen aus dem Roter Rauchstein? Wenn Rais' Männer das sehen, werden sie dem Kerl dort einen Besuch abstatten! Jemand sollte ihn warnen! Ich hab' genug andere Sorgen, aber... Ich überleg's mir! Hä? Die Quest haben wir doch schon gemacht! Kann man die immer wieder machen? Hä? Nein, nein! Eigentlich ist das direkt keine richtige Quest! Das ist einfach nur... Nur so! Sowas... Ja... Irgendwie so... Zwischen... Nein, nein! So ein Zwischending einfach! Also ich werd' jetzt mal ganz kurz meine Fertigkeiten! Ich hab' nämlich zwei Punkte! Werd' ich gleich mal gucken, was ich so nehm' Ähm... Selbstschutz! Nein! Handwerk! Okay... Okay... Was ist das? Kritiker... Lernen Sie... Entwürfe... Bla bla bla... Häufig immer kritische Treffer zu treffen... Ja, warum nicht? Kritischer Treffer ist immer gut! Und was ist das? Lernen Sie, wie man Elektrozaunfallen einsetzt... Ja, warum nicht? Fertig! Fertig! Zack! Mit Waffen versorgt ihr mich ja! Ihr seid ja meine Waffendealer! Ja, dann würde ich mal sagen... Äh... Machen wir als nächstes... Äh... Wir haben ja hier noch... Wir müssen noch eine abgeben! Die vierte Gewalt müssen wir noch abgeben! Das war ja hier die Kamera und die Umhängetasche! Keine Ahnung, wo das ist! Und dann müssen wir... Tolga und Fatin finden! Ja, und dann? Und dann... Und dann müssen wir noch hier Mitternachts Raub... ... also da müssen wir wahrscheinlich in der Nacht hin! Aber es ist sowieso gleich Nacht! Und dann? Keine Ahnung... Und dann? Dann? So wo bist du schon wieder? Ich bin dann! Ja, das dachte ich mir... Gibt's eigentlich keine Schnellerreise oder so..? Jopping Queen, nein! Ich bin da! Du hast doch ein Haken! Ha, das klar! Also wir müssen... Wir müssen zu Falun zurück. Ich hab's markiert. Los geht's. Okay. Aber es wird gleich Nacht. Aber ich würde sagen, wir bleiben trotzdem in der Nacht unterwegs. Nein, bleiben wir nicht. Ihr seid doch stark genug. Nein, wir haben Angst. Hier ist einer in Gefahr. Ja, schön. Ne, oder auch nicht. Da können doch nur Feinde sein. Soll das ein Wind sein? Ich hab... Wo ist er denn? Ja! Oh, ich hab dem... Es tut mir leid, ich hab dem das Bein genommen. Ja. Aber wie? Mal kurz zack und zehn Kilometer geflogen ist er. Ähm, der liegt nicht da. Der liegt hier. Bei mir liegt der hier, Alter. Ohne Scheiß. Schwörst du? Garantie bin ich hier, okay. Ja, jetzt teabagst du seinen Arsch. Aber egal. Bah! Wir müssen da rüber. Ich musste dem Zombie noch kurz eine mitgeben. Ja, ich auch noch. Hier ist der Turm. Denkt daran, wenn ihr's nicht mehr zum Turm schafft, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zur Dämmerung. Ja. Geh mir aus dem Weg, du Mistgestalt. Alter, diese Katana, die ist ja... Alter. Wir sind jetzt, wir sind jetzt die Katana Gang, okay? Ja, die Katana Gang. Wir müssen ab jetzt nur noch Japanisch reden, okay? Oh! 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 So, ich sammle mal hier wieder ein bisschen, ihr habt ja genug, ich brauchte ja nicht mehr sammeln. Hattori Hanzo! Hattori Hanzo, komm! Guck, der hör schon wieder. Masti! Wieso? Weil, was ich, von welchen Viechern angefallen wird. Alter, ist stark wie ein Bär jetzt. Was ich? Was ich? Was ich? Was ich? Was ich? Leute, es wird dunkel. Ich will meine Belohnung haben, bevor es dunkel ist. Wo rennst du schon wieder hin, Zocki? Zu unserer Belohnung. Was ist denn, Zocki? Was ist denn, Zocki? Was ist denn, Zocki? Alter, wua! Shit! Wua! Es sind schon ein paar geworden, jetzt plötzlich. Au! Ich vermute, das Spiel ist so gemacht, um zu mehr, um zu mehr Spieler zu finden, um zu mehr Zombies sind. Oder um zu stärker sind sie. Meins von beiden. Ja! Hey, was macht denn der Zocki hier im Auto? Der Zombie ist im Auto? Ja, ohne Scheiß, komm mal her. Der blutet jetzt das Auto voll. Lass mal sehen. Ich bin da. Ja. Was macht der da drin? Aua! Ich weiß nicht. Ist der da durchgepackt jetzt, oder was? Nee, der war da drin, wo ich so hochgemacht hab. Jetzt wird Zeit, jetzt wird Zeit! Move, bitch! Ja! Get out of the way! Move, bitch! Get out of the way! F*** dich! Weg mit dir! Wie immer! Sucht euch in der Nähe ein Versteck, und dann habt ihr zum Morgen! Ich heil dich! Gute Nacht! Danke! Das geht auch nur manchmal! Oje, 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 jetzt ist es Nacht! Ja, scheiß doch drauf! Was? Ich hab keine Angst mit dir! Was ist mit dir, du Bildscher? Was ist mit dir? Ich hab keine Angst in der Nacht! Was ist ich?! Was ist ich?! Ehhh! 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 Ja, okay, Alter. Berupt dich! Ehhh! Tot! Tot, Mann! Es ist tot, Alter! Ach, leck mich dann halt, Arschloch! Ehhh! Kommt ihr! Die sind noch immer auf dem Weg! Ups! Voll der Fuß abgeschnitten! Boah, voll der Fuß abgeschnitten, ey! Boah, so krass, ey! Boah! Boah, krass, Alter! Zwei Füße brauchen wir, gell? Man kann doch ein bisschen sparen! Boah, da ist ja irgendwas unter Streng gesetzt, hier! Ja? Ist durchgelaufen! Ne, beinahe, aber! Boah! Boah! Da oben ist es, oder? Oh, mein Gott! Jetzt geht's ab! Boah! Sie kommen! Die Nachtschatten! Gewechsel! So! Du willst schon zur vierten Gewalt, Zocki, gell? Die Mission? Jaja! Da kriegen wir noch unsere Belohnung! Ich bin fast da! Ja! Ja, ich auch! Und es ist scheiße dunkel bei mir! Du bist krass da! Ach, du bist da runtergesprungen, Alter! Uäh! Wie die Goldsäle ist! Au! Ach man, warum kann ich mich eigentlich nicht abrollen? Wieso geht denn das nicht mit dem Abrollen? Das kommt noch, das kommt, musst du skillen! Das hab ich schon geskillt! Du musst kurz vorm Boden, er ist der geht und dann rollt's hier! Boah! Boah! Ich geh! He? Die geht ja gar nicht in die Luft! Hey hier! Ey, wieso ist der Autobombe jetzt nicht hochgegangen? Kann mir das mal einer erklären? Vorsicht! Ah, okay jetzt. Okay, ich bin da. Geh Jungs, ich bin schon da, gell? Echt? Ja. Mach mal ganz kurz hier. Wie gottesschnell bist du denn? Deckste mich? Deckste mich? Deckste mich? Ich bin runtergesprungen. Ach, super! Ja, Masi, komm! Zeit wird knapp, jetzt kommen gleich die Nachtshadows. Soll ich euch Hilfe geben oder pack dir's? Nö, ich pack dir schon. Okay. Wenn sie mich erwischen, dann renne ich einfach davon! Hinter dir! Hinter dir! Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? NICHT IMANN! Und wenn er kommt... Dann laufen wir weg! Genau! Dann laufen wir alle davon! Ich bin da! Oh, aber hier geht's ganz drüber. Ah, doch, okay. Ach, toll! Ja, toll. Hm. Gut gemacht, Zocky. Sehr gut. Ich bin der Held. Ich bin der Held vom Erdbefeld. Zocky unser Held in der großen Dschungelwelt. What the fuck? Okay. Holen wir unsere Belohnung. Ich binde mir mal die Ohren zu. Wir haben es geschafft. Wie soll ich ihnen danken? Wie heißen sie? Die Leute werden von ihnen erfahren. Mein Name ist egal. Denn sie sitzen hier trotzdem fest. Hier kommt keiner raus. Aber... Warum haben sie mir dann geholfen? Ihr Leben riskiert? Um ihnen zumindest die Chance zu geben, mich eines Besseren zu belehren. Viel Glück, Ferran. Ich verstehe. Danke. Und viel Glück. So... Danke für die Belohnung. Die Kohle! Gib das Geld her! Gib mein Geld, Mann! Wie ist dein Name? Mein Name ist EGAALERATER. Genau! EGAAL! Warum hab ich... Ist meine Taschenlampe leer? Ja, drück doch einfach L. Ach L... L-T... Du bist auch so L-T, du Arsch! L-T. L-T, du Arsch! L-T? L-T?! L-T! L-T, du Arsch? Okay Leute, nächste Quest, neue Quest, nächste Quest. Jetzt können wir ja, das ist Mitternachtsbraut. Doch, die bleibt mal so stehen, wie hässlich dein Schatten aussieht. Also Mitternachtsbraut können wir ja jetzt machen, weil das ist ja, das muss man in der Nacht machen, denke ich mal. Wir sind eh jeden, sah da gerade sein Schatten aus. Aber da müssen wir ja Kräuter sammeln. Ja, natürlich müssen wir Kräuter sammeln. Und diese wachsen nur in der Nacht, oder was? Jawoll. Nein, die kann man nur in der Nacht sehen und pflücken. Ja, okay. Die blühen nur nachts. Das ist so genanntes Nachtkraut. Nacktkraut? Nacktkraut? Ganz schnell hingehen, komm. Da vorne ist einer. Ja, lass ihn doch, komm her. Was ist mit dir? Was liegt hier? Eine Bodenplanke. Ich mach ihn fertig mit der Bodenplanke, Alter. Oh, scheiße. Da ist einer, da ist einer. Mach die Wartusche denn. Lauf, Marstie, lauf. Lasst euch doch nicht erwischen. Lichtfalle aktiviert. Ja, gut. Ja, das schmeckt dir, du Bastard, hä? Friss es, ja. Friss das Licht. Friss es. Zack. Okay. Schnell durchsuchen. Und schnell weiter. Ist es da oben, oder? Was? Marstie, du Schisser. Hast du schon wieder Angst, oder was? Na. 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 Zack, schon wieder einen Kopf kürzer. So muss das sein. Da oben ist aber ein... Get out of the way. Wow, scheiße. Ich bin voll irgendwie durch. Äh, ich bin ins Wasser. Ah, fuck. Ha, weg. Das Mundgeruch. Hier ist der Zahnarzt. Ich zack dir die Zähne aus. Puh. Zack. So. Bitch, voraus. Oh, Arturianzo. Ja, ist das nicht schön, mitten in der Nacht hier, dieser Spaziergang? Schöne Nachtspaziergang. Schöner Nachtspaziergang. Lauf, wie so kleine Schlampen. Lauf. Meiner hätte mich jetzt gerade gesehen. Ey, wir sind aber richtig gut. Ich kann nicht weiterlaufen und ich muss mein Schwert reparieren. Komm jetzt, komm, 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 zocken. Ich muss mein Schwert reparieren, Mann. Oh, Alter. Was schreit da so? Ah, hallo. Au. Verdammt nochmal. Blöde Penner. Alle hopp. Oh, voll daneben gekickt. Ah. Geh weg. Zack. Oh, 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 oh. Lauft. 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 Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Das. Du bist doch ein Säckchen. Ja, das habe ich doch nicht mit Absicht gemacht. Bist du dir sicher? Lauf, 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 lauf. Flugzeug, Flugzeug. Scheiß auf das Flugzeug. Scheiß auf das Flugzeug. Wow. Aua. Ich bin entkommen. Da. Geh weg. Aus, 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 aus. Verfolge abgehängt Bist du schon da? Marsti? Ja? Viel Spaß Ich glaube ich habe es gefunden Ne, es sind irgendwelche Pilze Die Nacht ist gleich vorbei Und wir sind noch immer nicht dort Wie weit ist denn das weg? Äh... 300 Paar zerquetschte Ich bin nah genug Aber der zockt mich doch viel weiter hinter mir Oh oh Ein Night Shadow ist hier auf dem Färden Ah, Lassi Ich werde mit denen fertig, keine Sorge Autobombe Toll, ich habe nicht mehr entdeckt Nuff mit dir, du Säckl Oh oh Schneller, 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 schneller Okay Leute, ich bin vor Ort Ja, Snoop, ey Ich meine Masti Alter, wenn die mich hier irgendwie Die ganze Zeit angreifen Verdammt nochmal Verpisst euch Komm jetzt zockir Schnell, schnell, schnell Ich bin doch schon unterwegs Ich hab noch genügend Zeit Es ist 1.08 Uhr Ich bin auch Ich bin irgendwie hochgesprungen Nö Ich bin oben auf dem Dach Ich hab sie abgehängt Boah, Alter, hier oben ist Wasser Hä, warum ist das Ding einfach zusammengebraucht? Äh Ich hab mich auch gerade gefragt, warum ich dir einfach das Haken gefaßt. Was? Was? Du machst hier, wo du von Sündigem verfehlt machst und dritt dich um auf Feld oben. Einfach so. Ne, was mach ich jetzt hier oben? Verdammt, ich komm hier nicht mehr runter. Verdammt, ich komm hier nicht mehr runter. Du bist ein Secken, warum bist du denn? Jetzt den Wurfhaken. Ja, ich hab den Wurfhaken auch benutzt. Oh shit! Egal, wenn du bist dran, lockst du hier her. Laufen wir einfach weg. Hat schon jemand das Kraut gefunden? Da liegt's, drück Kuh, dann siehst du es. Mach da. Jockey, übernimm das, mach das, sammel die Dinger ein, wir machen das schon. Ja, ich mag ja schon. Wir können doch schon am Blumen sammeln. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her Bitch, komm her Bitch. Wer von uns hat Angst? Wer von uns hat Angst? Noch ein Blümchen, noch ein Blümchen. Komm her, ihr Fotzen. Komm her, Mann. Ja, Bitch. So, noch eine Blüm, ein Blümchen und dann können wir uns. So, das war's. Wer ist jetzt die Bitch? Du bist die Bitch, Alter. Hier, ich t-bag dich, Bitch. Okay, wir sind fertig. Hey, der liegt da drüben, du Heinz. Bei mir liegt der hier, Alter. Nee, liegt der nicht. Mach halt's Maul, Alter. Fertig. Okay. All right. Okay.